27.06.2019. Ihr könnt es ja sehen. Auch heute wieder. Tja, im Moment geht es noch. Nach den gestrigen Explosionen ist das ja fast lächerlich. Tja, aber wie gesagt, man muss immer zur rechten Zeit rauskommen. Dann kann man auch genug sehen. Tja, ich gebe nachher Anzeige 35 beim Aiontamiento auf. Tja, was soll's.